so so dann gehen wir da rauf beziehungsweise es wäre besser da rüber so kann kommen seh nix blöde Kameraführung so komm her put 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 und wir haben ihn oh scheiße ah kacke wir sind noch zu weit weg der Arsch so ein Dreck komm ein bisschen näher komm her irgendwann ist Schluss mit lustig können wir liegen lassen das stirbt jetzt nicht mehr weg der Kiste jetzt müssen wir das hinkriegen aber da sind ja noch mehr holy so da oben auch noch was so das ist ein riesengebiet hier jetzt wird es schon komplex wie sieht es denn hier so aus ok die Kiste die kann ich looten sehr sehr komplex aber das macht doch Spaß hier sind wir glaube ich ja das war der Anfang genau genau ok das ist der Anfang und die beiden haben wir ja noch nicht gemacht ok ok das heißt die müssen wir irgendwie anlocken so ich hoffe das ist genug angelockt jetzt lassen wir uns einen von diesen Pistern hier schnappen so verteilt euch schön sieht gut aus Heuerhofen oh scheiße er hat mich ah ficken wir haben ihn gesehen ach scheiße ich komm mit ihm nicht weg ach scheiße ach fick dich doch 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 so ein Arschloch ne ich komm nicht into the light oh er sieht mich ich komm nicht into the light ich kann mich irgendwie so ein scheiße das gibt es ja nicht man Dreck geländiger wie sieht der eine Minder ach fick dich doch du dumme ach da gib mir am Arsch hier so ein Arschloch ach mach was anders ach komm wieso ach komm wieso so ein Dreck so ein scheiß Dreck wieso hüpft er den die Tante da nicht drauf auf mich na geht doch man warum denn nicht gleich so ah Steuerung ist manchmal echt miserabel das haben wir übersehen das weiß ich ja aber noch nicht kann man ein bisschen was looten looten ist ja einiges das muss man schon sagen so wo gehen wir weiter wo geht es hier überhaupt weiter hier glaube ich nicht aber schauen wir mal da war ich auch schon übrigens ja da waren wir schon äh unten oder wo geht es weiter Lilly wo geht es weiter Lilly oben oder wo ich geh mal rauf ne oben sicher nicht oben sicher nicht nur zum angreifen hier wenn ich da runter gehe ich glaube dann ja hier ist gar nichts ja wir müssen schauen wo es weiter geht ich habe keine Ahnung grad ich randalie hier mal ich randalie hier mal wenn Lilly mal ihren Arsch bewegen würde dann würde man schon noch mal ein bisschen weiter kommen hier vielleicht weiter hier vielleicht weiter hier geht es weiter glaube ich oder Lilly 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 Leute Lilly ich gehe Jawoll! Oh, scheiße! Das ist es, nicht wahr? Wir hoffen, dass er überrascht wird! Und bald! Ja, da geht's um Essen! Mh, müssen wir mal aufmessen? Muss die irgendwie weglocken? Nichts mal einfach. Probier mal mal darauf zu kommen. Ah, scheiße! Zu spät! Oh, ich habe nichts gesehen! Nur den dunklen Spirit! Oh, ich habe nichts gesehen! Oh, ich habe nichts gesehen! Es war ein Geräusch! Ich bin zu spät! Oh, ich habe nichts gesehen! Oh, ich habe nichts gesehen! Oh, ich habe nichts gesehen! Es war ein neues Licht! Wer ist es? Oh, ich habe nichts gesehen! So, die beiden haben wir! Das haben wir schön gemacht! Das war eine geile Aktion! Schön gekillt! So, der ist platt! Der ist definitiv platt! Versteck mal! Wird das hier mal was ankommt! Das wäre nicht gut! Und gucken wir mal, was in der Kiste da ist! Irgendwo! Da ist sie ja! Jo! Whatever das ist! Ich nehme es mal mit! Kann man ja immer brauchen so ein Zeug! So, die müssen wir nur umlegen! Und ich wette hier sowas! Ja, da ist einer! Die Frage ist nur, wie kriegen wir den da? Oh, ich glaube da müssen wir mal woanders gehen! So! Dann schauen wir hier mal raus! Wie sieht es denn hier aus? Äh... Okay! Geh mal da rauf! Oh, das sind zwei! Das sind zwei! Oh, da ist auch nur einer! Okay! Den könnte man vielleicht schnappen! Aber da kommen wir nicht hin! Scheiße! Da kommen wir nicht hin! Das ist zu weit! Vielleicht wenn ich hier rübergehe! Ich konnte nicht alles hören! Äh... So, komm ich rauf! Jo! Wo ist denn der? Unter mir, nein! So, den können wir platt machen! Der ist platt! Der ist platter als platt! Jetzt müssen wir nur irgendwo hin wo er nicht gesehen wird! Da ist ein Busch! Passt! So! Das sieht man! Jetzt geht's wieder raufwärts! Oh... Oh... Das kann man rüber bewegen! Aha! Sehr praktisch! irgendwie lustig schauen wir mal wo die hingehen weil du ein warmer bist ich höre auch immer sonst oder geht hier ist es super komm her zu mir Sehr schön, der ist jetzt genau richtig. Jawohl. So, wo bringe man hin? Da ist ein Busch. Auf in Busch. Du bist ein Buschkind. Und wir gehen wieder nach oben. Schnappen uns den anderen Pisser. Ja, komm her ein bisschen. So weit kann ich hüpfen. So da, Pisser down, Pisser down. Dann versteckt man in dem Busch. Lilly, ich mach so ein bisschen Platz für diese tote Wache hier. Sehr schön. Jo, jetzt können wir auch die Kiste hier looten. Wir haben schon wieder was Neues. Und ich kriege sicher wieder die blöde Meldung. Ablenkfalle, also es gibt so coole Dinge hier. So, machen wir mal von jedem eins hier. Könnte man ruhig mal benutzen übrigens. Jo, also wir haben genug Material. Äh, wo soll man lang? Gibt's mal möglich. Ja, von dort kommt man. Hier geht's lang. Lilly, wir gehen. Wir gehen möglichst leise. Wax. Kann man nicht zusammenhauen, die X, ja. So, komm, hauen wir sie da drück, Lilly. Oh, fuck. Jetzt haben die alle schon Rüstungen. Das ist natürlich jetzt nicht die günstigste Version eines Starts. So, weißt du was? Ich hau mich hier hin. So, dann locken wir den an. Oh, der sieht mich? Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, der muss irgendwo hingehen. Hier treffe ich ihn nicht. Das ist genau unter mir der Arsch. Komm, rechts oder links. Irgendwo geh. Ja, nur nicht da, wo ich die... Oh, du bist ne Made. Hm, der kann ich glaube ich nur sehen. Doch. Mega Jump, der. Das ganze Regal da mitnehmen. So, wir haben's. Weiter geht's. Oh, Kiste. So, wir sind's durch, glaube ich. Lilly, komm. Lilly. Lilly, komm. Bravo, Lilly, gute Lilly. Die Leute kommen nach Hause von der Krieg. Die sind alle sehr unhappig und verletzt. Doch ich höre, dass King Gwiddie und der Usurper sind sehr glücklich mit dem Kronen auf seinem Kopf. Natürlich, er hat nicht kämpft für den Kronen. Nicht so viel, wie sie anderen schenken, um ihn zu kämpfen. Hm, gutes Argument. Lilly ist so eine typische, blauäggige, grüne, die die Probleme nicht sehen will. Kommt mir zumindest vor. So. Wir könnten... ...wollen wir oben kommen, aber dann sehen mich die. Das Blöde ist halt, dass die alle gepanzert sind, ne? Gehen wir mal da rauf. Oh, du wirst einfach nicht wissen, was du mitnimmst an. Geh rauf. Komm. Was ist denn? Hey, geh rauf. Schon wieder dieser Bug. Ich nehm das jetzt als Bug, weil das ist ein Witz. Du kommst da nicht rauf. Wieso komm ich da nicht rauf? Ist das nervtötend? Ist das nervtötend? Was soll denn das bei den Spielen immer? So eine blöde Steuerung, ernsthaft. Kommst du nicht rauf? Da kann ich schessen, hundertmal. Du kommst nicht. Rauf da. Wieso kann ich da nicht rauf? Ich kann mich auch festhalten. Was soll das? Ja, so kann ich nichts machen. Ich muss da rauf. Ey, ist das ein Dreck. Diese Steuerung ist so widerlich, ey. So widerlich. Ernsthaft, Leute. Das ist so eine Scheiß-Steuerung, dass es nicht mehr weitergeht. Schau dir das an. Soll ich dazu was sagen? Wahnsinnsteuerung. Wow. Die geht nicht rauf. Um's Verrecken. Die geht dir da nicht rauf. Ist das jetzt lächerlich oder was? So lächerlich, wirklich. Diese Steuerung ist so lächerlich. Nervt auch. Ich sehe auch nichts, Mann. Kameraführung und so. Ey, Mann. Also wirklich. Ich frage mich langsam. So. Ich kann ja sowieso nichts machen, wenn die hier... Ist der alleine? Hä? Wo ist denn der Zweite? Ist der jetzt abgekaut? Da war doch ein Zweiter. LOL. Mensch. Da irgendwo wird er schon hingegangen sein, ne? Schauen wir mal, wo er hin ist. Da ist er. Da ist auch noch einer. Mal schauen, ob das geht, ohne dass ich runterfliege. Steuerung vor dir bin. Das geht. So. Da drüben sind drei. Hier sind jetzt zwei. Und unter mir müsste einer sein. Wenn ich nicht ganz blöd bin. Irgendwo unter mir da. Da ist er. Genau. Würdest du mal ein bisschen vorgehen? Das wäre nicht schlecht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.